Wir pushen gleich weiter, Digga, wir pushen gleich weiter. Ihr müsst halt nur bei den Raid hier mitmachen. Ähm, also okay, sorry Bro, haha. Was meinst du denn? Ähm, was meinst du, Raid? Ich versteck mich gut. Ich sollte doch Mod bekommen, dass du mir, hast du mir versprochen. Skyfire, du wirst demnächst auch Mod bekommen gleich. Auf jeden Fall, Bruder, auf jeden Fall. Hast du es einfach verdient, Digga. Fabio Schneider, was geht ab? Herzgut auf dem Stream. Bro, ich sag ab, hier, danke für ein Abo. So, ähm, wenn du gepusht werden willst, Fabio, du musst zuerst abonnent des Kanals hier sein. Dann kannst du gerne einen Push bekommen. Wir pushen gleich weiter, Leute. Aber ihr müsst auch alle schön hier, äh, mit dem Raid mitmachen. Einfach nur ein paar YouTuber überraschen, okay? Aber wirklich, alle müssen mitmachen, Digga, wirklich alle hier, okay? Ähm, weiter, was geht? Linkpartik, Moinsen, Ruhrfarm, auch wieder am Start, Zornfeestie. Ich grüße euch alle, die wohl im Chat hier am Start sind. Was geht, was geht? So. Wer ist denn das hier? Lukas. Kennt man den, Lukas? Ich bleibe aktiv, Raffi, Ehre. Vielen Dank, Mann, Dankeschön. Geht alle auf den drauf, ich schicke den Link, Leute, dann Raiden, äh, dann pushen wir gleich weiter. Also deswegen, klickt alle auf den Link drauf und spammt, recht schicke den Linkpupoarmy. Macht mal alle schön mit. Aber, wenn wir alle schön hier, äh, mit dem Raid mitmachen, einfach nur ein paar YouTuber überraschen, okay? Aber wirklich, alle müssen mitmachen. Also, was geht, Leute, ich bin's wieder, hab lange kein Streaming mehr gemacht, könnt gerne meinen Kanal auschecken. Ich bin schon wieder krank. Letztes Mal war ich gerade mir Essen holen, äh, Trinken holen, Essen wahrscheinlich, Essen. War ich mir Trinken holen, da hab ich, ich hab dein Stream geguckt gehabt, da hast du gesagt gehabt, dass ich nicht mal... Lukas, kennt man den, Lukas. Bleibe aktiv, Raffi, Ehre, vielen Dank, Mann, Dankeschön. Alles spammt, Digga. Ich geh mitz'erst mal Shisha, Mann. Ich schicke den Link, Leute, dann Raiden, dann schicke den Link, Leute, dann Raiden, dann pushen wir weiter. Also, was schicke den Link, Leute, dann schicke den Link drauf und spammt, halt schicke den Linkpupoarmy. Ja, keine Ahnung, mir ist langweilig. Sauber, sauber. Ich hab den Streamer erwischt, wie er pushen will anscheinend, irgendwie, keine Ahnung. Ähm, naja, find ich auch gut. Alle mein Abo lag da lassen, kommt. Ich bin lost. Gönnt ihr, Bruder, gönnt ihr. Leute, geht alle rüber auf seinen Stream und spammt, HashedDinkoBrowarmy. Kommt, macht alle mit. HashedDinkoBrowarmy, deinen Spam auf seinem Stream, Leute. Ihr müsst alle schön mitmachen. Ehrenmann, Digga, einfach Ehrenmann hier. Oh, geht mein Chat nicht, WTF. Alles spammt, Digga. Ich geh mit erstmal schicke, Mann. Hä, was ist das für ein Wild? HashedDinkoBrowarmy, Kopf macht alle mit. HashedDinkoBrowarmy, dein Spam auf seinem Stream, Leute. Dankeschön, Bruder, Dankeschön, Ehrenmann. Vielen Dank, Dankeschön. Danke, Bruder, Herz, danke dir. Ehrenmann, Kuss geht raus an. SygarisLukas, den geben wir mal ein Abo und ein Like, Digga. Er hat einfach verdient, richtig korrekter Typ an der Stelle. Bruder, richtig korrekt, Alter. Ich bin der Mod von Lukas, Ehre. For you, moin, let's come stream, ich grüße dich. Folgt uns am Start, bis, Bruder. Dankeschön, Bruder, Dankeschön, Ehre. Dankeschön, Bruder, folgt sich so auszuhören. Und jetzt pushen wir weiter, Leute, jetzt pushen wir weiter, okay? Spam alle mal Hashtag Push in die Chat, die, wo gepusht werden wollen. Alle Hashtag Push in die Chat, Digga. Jetzt wird Fuevo dran kommen, weil er schon so lange im Stream wartet. Leute, wenn ihr auch einen Push bekommen wollt, müsst ihr Abonnent des Kanals hier sein, weil es ein Abonnenten-Push ist an der Stelle. So, jetzt kommt der... Liebe dran. Der allerechte Fuevo. Er wartet schon ziemlich lange hier. Und er hat die 283. Bei ihm versuchen wir mal erstmal die 286 voll zu machen. Also kommt, Leute, noch die drei Abos. Alle mal abonnieren, Digga, alle abonnieren. Fabio, du auch, Digga, wirklich jeder abonnieren. Dann werdet ihr auch gleich direkt gepusht an der Stelle. Er hat schon die 285, 286, jawohl. Ich warte schon, eigentlich schon eine Bombe, du kommst auch gleich, dein Bruder. Jeder kommt da an, Digga. Du musst einfach nur aktiv im Chat bleiben und Hashtag Push-Renspam an der Stelle. Magic Player, was geht, um gepusht werden, muss ein Abonnent des Kanals sein. Du hast mich noch nicht abonniert, Digga. Zuerst abonnieren. David, wie gesagt, einfach ein Abo dalassen, kannst du gerne einen Push bekommen. Kannst du dich pushen, Alex, gerne, Digga. Ich hoffe, es klappt alles. Einen Moment, ich bin gleich für euch da, Leute. Ähm, ne, ich muss gerade noch was machen. An meinem Handy. Oder eher gesagt, das Gucken. Also, ich bin gleich für euch da, Digga. Ich hab selber echt gar keine Ahnung, warum ein fucking Live-Chat nicht geht. Ich weiß es echt nicht. Ich hab noch gepusht werden soll und Bombe erstmal herzlichen Glückwunsch an die 3.700 Abonnenten. Jetzt kommt Fight Tour dran, der hat die 230, bei ihm gehen wir jetzt erstmal die 234. Alle mal abonnieren, klickt auf den Link drauf und abonniert diejenigen, damit die auch umso schneller vorankommen, meine Freunde. Auf geht's, alle mal schön mitmachen hier. Skyfire, was geht? Ehre, man. Fabio Schneider, du kommst auch gleich dran, Bruder. Jeder kommt dran, jeder wird gepusht, ihr müsst nur ein bisschen abwarten an der Stelle. Bombe, kein Ding, Bruder, jetzt kein Ding, immer wieder gerne. Abonniert bitte alle, auf geht's. Schön mitmachen, Leute, alle mal mitmachen hier. Ich gönne mir jetzt erstmal Shisha nebenbei. Mein Bruder hat mir Shisha Kopf gemacht. Ähm, ja, Digga, ganz gespannt, das Stream hier auf jeden Fall. Leute, verfolgt alle meinen Insta-Account auf. Ihr könnt auch alle Neuigkeiten... Aktiviert die Glocke hier auf meinem Channel. Einfach die Glocke aktivieren, morgen bin ich auch noch mal live. Oder werde ich wieder am Pulser erschienen, äh... Äh, ich... Ich gönne den Ehren auf jeden Fall, also das auf jeden Fall. Ich check jetzt noch sein Insta ab und dann werde ich wahrscheinlich... Nein, nein, nein. Aber warte mal. Wenn ich den abonniert habe, dann dürfte... Äh, egal. Ähm, ja. Könnt mir auch gerne, ähm, eine... FL schicken. Über Discord. Ähm. Oh, das hat mein Handy schräg. Okay. Ähm. 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 Könnt mich gerne mal adden auf Discord. Ehm. Ehm. Ich möchte es nochmal... Ah, hier. So. Ehm. 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 Wundert euch bitte nicht, ob mein Name so ist. Ehm. 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 Gönn. Ehm. 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 genauso und bleibt auch dann leute wenn ich gepusht wurde dann bleibt dann niemals aufgeben spendt einfach weiter einfach weiter aus dem leute ruf haben wir hat die 23 abos ihn werden wir erst mal die 25 voll machen kommt ihr kriegt also nicht auf abonniert den legen leute bekommen zweiten push deswegen einfach nur kurz abwarten im ziel dabei ist auch wenn das 5 minuten dauert dann habt ihr wenigstens 10 abonnenten mehr push geteilt love ehre mann vielen dank bruder danke dir kurs geht raus alter aber ich bin der einzige der noch nicht den zweiten erlitten wolf hast noch kein pfuss bekommen ja alle mal kaum abonnieren ich warte schon 20 minuten sky fire kommt auch gleich dann jeder kommt da meine von wirklich jeder klickt alle auf den link alle abonnieren meine freunde ich muss einfach mal an der stelle aber ja alle mal gönnen leute gönnen ist sehr wichtig ab 20 verlosen wir hier zwei maus leute weiter krank 21 zuschauer mann der geanders heftig hier danke den tollen support hier wer wird denn alle ihr witzige push meine freunde wirklich jeder somit zwei maus verlosen fabia welt was geht fabio 9 erdemann am stadt und schießt mann es ist ein schönes bruder herz richtiger ehre mann hier am start heute sie am start ist und der tanking kredit kurs geht raus richtiger tag gegen ehre mann hier am start ich werde der king kredit die gar niemand muss so wie er niemand muss so werden so ein ehre mann ich höre auf alles wird aktiviert die glocke und like das video video falls ihr mich auf insta entdecken wollt dann spammt einfach ausbrechen in den chat dann sonst werdet ihr auch erfahren sich auf insta heiße leute der schütze und dann könnt ihr auch gerne folgen ich habe über insta ich antworte euch nach dem stream an der stelle ich antworte jeden nach dem stream und bleibt bitte alle am start hier alle am start bleiben meine freunde wirklich alle hallo mordverlosung mordverlosung ist ab 22 ab 20 zu schauern wir sind gerade 19 am start deswegen müssen wir noch ein bisschen warten wie du siehst es lag komplett ich habe probleme mit youtube ich kann einfach in letzter zeit gar nicht wieder wir werden jetzt hier mal ein bisschen weiter machen wir werden noch immer werden wir werden noch jemand kurz werden ist alle mit waren leute gepusht werden wollt müsst ihr bei dem red mit dabei sein meine freunde dann werden wir auch direkt weiter prüsten ganz klar so auf geht alle mit dem herrchen dinko armiert das mit dabei sind alle herrchen dinko armiert sind ganz genau das viel besseres hat er hat ja neun zuschauer dinko king viel dank der bank käse kurs geht aus bruder kurs geht aus bruder herz geht alle rüber spammt herrchen dinko army auf geht's heute alle herrchen dinko armieren spammt da werdet ihr auch auf jeden fall alle gepusht meine freunde macht schon alle mit an der stelle gönnt ihr mal leute alle schön mitmachen jawohl jawohl alle mal eins bekommt er will sich voll farbe gehe auch auf den link schick auf den link drauf und beim hesschen dinko armiert wurde neide geht auch nicht aufgehen nicht aufgehen du bist gerätiger du bist gerätig wurde herauf weiter weil er habe ich mit youtube wie gesagt richtig probleme geht auf den link drauf kommt alle mitmachen der red auch direkt gepusht hier er und kopf mal ob ich überhaupt irgendwas reißen kann dem internet wenn ich streame weil das ist ein bisschen komisch obwohl ich maximal 400 kurs habe kannst du mal rater 23 pushen leute jeder wird gepusht jeder wird gepusht meine freunde play was geht für ihre mann als abo leute abniert alle like der stream auf ehrenbro basis man richtiger ehrenmann ich werde einfach richtiger ehrenmann hier am start hier leute kurs liga kurs lasst alle abonieren leute geht alle rüber gönnt ihn mal abo like ist an der stelle gönn dir bruder alter einfach verdient ich werde nur wirklich korrekte jungs pushen alter wünsche dir noch einen schönen stream jetzt habe ich meine auflösung auf von euch kein ding kinkartoffel man muss ja auch mal sein muss man auch immer an die youtube gönnen auf ganz spannender basis digga ich werde versuchen hier ich weiß halt echt nicht ähm wir werden uns natürlich auch freuen an der stelle melo tv wer ist melo tv leute live chat das fack mich echt ab oder der die das keine ahnung wer das ist so leute raten den mal geht alle rüber klickt auf den link und spammt hashtag sinko army mein akku geht leer oh ja nein jassies bruder bleibt drin bleibt drin dankeschön der pink hated kurs geht raus geht alle auf den link wenn ihr gepusht werden oder geht auf den link und spammt hashtag sinko army wir raten jetzt einen anderen youtuber wir machen gleich mit dem push weiter hier fabio welt geh auch auf den link drauf spicer alter ich hab fucking 200 fps und der slack wie keine ahnung es ist so nervig jassie macht wieder mit du ehre mann danke dir danke dir bruder er hat 50 zuschauer er hat 50 zuschauer digga wir gönn ihn mal auf gehts jalla alle mal gönn alter was gehts fack sauber sauber digga was tat ich grad so so 49 zuschauer diggosperma hey der packer das ehre man der merkt glaubt gar nichts oder der merkt absolut gar nichts digga das war's komplett digga meine auflösung ist 1000 3600 digga aber der checkt das nicht der checkt das einfach nicht ähm 1900 oder was ist denn hier los alter aber trotzdem komplett im arsch warte ja aber ich kann eh mal nicht mal rein schreiben digga so das bin ich ehre 60 punkte abo live kasse melo tv checkt einfach gar nichts digga ich werde ihn er hat gar nix gecheckt ach ja schmeckt digga brauchst du bruder was für geschmack ach so ich rauch taube minze einfach standard digga hehehe nur ein bastard digga aber nicht bad aber nicht bad ein grossen raid digga aber nicht nur zwei lappen wieder die ja die ja die ja leute falls ihr gepusht werden wollt lasst gerne abo like da ihr müsst abonniert des kanals hier sein dafür kommt ihr auf jeden fall ein push ich hoffe ihr seid alle zurück hier er schickt push 2 er schickt push 2 leute jeder wird hier halt zweitest gepusht ihr müsst ein bisschen eier chillen eier schaukeln ähm jeder kommt da meine freunde wirklich jeder der überlässt digga so ekelhaft von mir er hat zwei abo kommt leute geht alle auf den linken auf uns band hashed digga braun ich hoffe ihr seid alle zurück wir reden jetzt den nächsten hier macht alle mit dabei werdet ihr auch hier ein push bekommen dankeschön der fan der letzte raid für heute kommt der allerletzte wirklich da push mir weiter macht alle schön mit alle mitmachen leute klickt auf den links band hashed digga army alle hashed digga armin leute bin wieder da raffi freut mich klick auf den link fabio du auch fabio schneider wie gesagt alle auf den linken und hashed digga dinko jawoll ja was band mit alle rein sauber kein ding dinko ist lost army was für lost army was sollen das so einfach mal gönnen leute klickt auf den link wenn ich gepusht werden will muss hashed digga ich will aufs nicht spielen damit ich bis ein punkt ich will aufs nicht spielen damit ich bis ein punkt die hier dann wir du dann verwenden wir nicht spiel ne nicht herrscht sondern herrscht dico sperma ok alle mitmachen digga ich mach mal die taktik von der kinder das alter von den aller echten ehre mann der pinkel magic player hat die 19 abos jetzt waren wir mit dem push leute einmal schön abonnieren abonniert den mal auf ehren guter basis 19 abos da geht ein bisschen mehr digga skyfall kommt auch gleich dran abonniert den gegen digga alle mal abonnieren genau genau 12 macht richtig fabio weiß du kommst auch gleich dran ist ist der king pellet noch am start leute schreibt mal rein ob er der pancality noch am start ist er hat schon die 22 erreicht gehörn dir bruderherz so trappler wird hier gepusht weil er schon nicht aktiv ist 412 fahrt er gerade so das ist nicht so kreativ ist echt zu begann natürlich alte er die kürzlich bis moderat leute ich verlos wieder moderat ab 20 zuschauer hier geschickt hat alle die zwei zuschauen mit einem zuschauen mit einem freund natürlich das war bei den behalte checkt alle bei Instagram ausweserken ist könnt gerne und lag den stream aktiviert die glock von weiter zu verpassen rainbow epic leon du musst erst aber nicht das kanal zu sein da kannst du gerne ein push bekommen 12 lehrart die 113 abonniert mit alle leute da kommt auch direkt der nächste alle mal auf den link draufklicken und abonnieren leute ich will mitmachen die kopie jetzt gut ja mann neue herrscht digga ehre jeder wird gepusht da wird nicht jeder genau alle hässchen dickens sperrmalte ihre männer digga aber nicht gleich die kopie jetzt gut als ehre digga zu krank hier dort jeder bekommt man wirklich jeder alle mal mitmachen an der stelle so herrschte dinko sperr mal herrschte dinko sperr mal ich weiß auch mal wieder da am start danke für dein abo digga vielen lieben dank hier jetzt wird er mal gepusht fabio weit hat die er hat ein abo digga er hat ein abo hier mann bei ihnen gönn wir mal ein bisschen digga bei ihnen gönn wir mal ein bisschen ja digga die real foxen hier mann geht alle rüber abonniert den ehre mann kussbuddy trailplay kein ding oder herz muss auch mal sein du hast dir verdient du hast mir auch drei vier euro gespendet wirklich ist korrekt von dir geht alle auf den nick und abonniert den fabio weit da kommt auch direkt der nächste dann kommt leute die fünf haben wir erst mal voll kommt leute alle mal abonnieren auf ganz spartner basis spielt mal wieder fort ich werde wahrscheinlich morgen oder übermorgen oder ich werde morgen kurschleisten heute morgen kommt wieder pushen deswegen aktiviert alle die glocke um weiter streams auf meinem kanal nicht zu verpassen und folgt mir alle auf instagram aus besicht und internet alle mal supporter lassen auf ganz spannender basis meine freunde abonniert den lieben fabio weit digga bau halt gar nicht kommt auch schon der nächste da kommt auch schon der nächste da wird auch der reichs hier gepusht genau spammt alle rein auf geht's auf geht's auf geht's falls du kommst auch vielleicht hören noch ein aber bei ihr ja kommt digga macht halt gleich teaming was geht's besser das alter was geht's besser das digga ja mann alle schön abonnieren alle abonnieren Leute so ehre mann digga ehre mann wieviel uhr ich weiß nicht digga ich höre einfach meinen insta-account ausrufezeichen insta in den chat und dann willst du auch erfahren wann ich ganz genau live gehe auf insta werde ich immer ankündigen digga wenn ich hier Fuse veranstalten tue deswegen einfach nur meinen Fuse-Kanal abchecken der Fuse-Fauler wartet auch schon nicht so lange hier am start der ist so ein wichtiger ehre mann der ist so ein wichtiger ehre mann der ist so ein absolut richtig richtig lang hier am start deswegen wird aber mal gepusht der hat noch gar keinen Pusht er hat 24 Abos den gönn wir mal digga den gönn wir mal komm alle mal abonnieren wichtiger ehre mann hier am start abonnierst den bitte ob ganz entspannt dabei ist so sauber jetzt wird's kattest du mal kannst du mal 23 pushen digga sollst mit diesem account reinkommen dinko größer abspitzer das geht auch standard dran wenn du gepusht werden willst musst du abonniert das kanal zu sein digga Leute wenn ihr Pusht bekommen wollt einfach abo da lassen Marc Cosimo genau digga erst mal abonnieren da kannst du gerne Pusht bekommen an der Stelle genau herrschi Dinko sperma da werdet ihr auch direkt gepusht er hat schon die 26 Abos kommt abonnierte mal bitte alle alle mal abonnieren ich kann mir nebenbei noch ne Teife falls ihr euch fragt was ich für Geschmack wenn digga so Traubenminze mäßig auf ganz entspannter Basis digga ich muss halt Zonen rufen Dankeschön PanCaret Ehrenmann alter richtiger Ehrenmann hier am Start er schläft wer schläft digga ich schläft ich schläft gar nicht ja moin digga mein Deutsch ich schläft gar nicht digga was was lade ich denn da alter zu krank hier Leute wir verlosen jetzt Mord okay sind wir schon 20 Zuschauer sind wir schon 20 Zuschauer digga ich weiß nicht Spicer Ehrenmann ich habe abonniert digga hast du abonniert ich werde gleich kontrollieren ob du abonniert hast Leute jeder wird gepusht meine Freunde der wird hier noch gepusht und dann verlosen wir zwei Mords okay ab 20 Zuschauer verlosen wir noch zwei Mords hier auf meinem Kanal äh Standardwand hat die 149 kommt den gönn wir alle abonniert ihr mal bitte alle auf Ehrenbruder Basis alle mal Abo dalassen digga alle mal abonnieren meine Freunde klickt auf den Link drauf und gönnt ihnen ein wenig das wäre ein wenig ein viel digga ein viel sagt man das wir mal haben viel los digga ja aber Spicer ist auch wieder am Start hier Raffi Ehrenmann 150 Kommt da geht ein bisschen mehr meine Freunde geht ein bisschen mehr vielen Dank der Pank Kedet hier am Start hier Kuss geht raus der Pank Kedet ja moin so alle mal abonnieren digga gönnt ihnen auf ganz kritisch äh der Real Fox was geht auch mal wieder am Start hier Yassin Ehrenmann digga er hat sein Handy aufgeladen ist in mein Stream reingekommen Kuss geht einfach los ich hatte noch nie so eine laggige Runde und so eine gute Kuss alter alle mal abonnieren klickt auf den Link drauf und abonniert den mal 150 so Leute wir verlosen jetzt hier zwei Mods wir sind grad 20 Zuschauer alle ein Abo da lassen vielen Dank Leute teilt jetzt schon gern mit euren Freunden lassen Supporter wo komme ich alter so Leute jetzt werden wir zwei Mods verlosen Spam schonmal alle Hashtag Mods in den Chat alle Hashtag Mods in den Chat dein Spam jetzt werden wir äh zwei Mods verlosen an der Stelle wie man deine Shisha hört ja man Magic Player normal Bruder jetzt normal ganz chillig hast viel mit Shisha natürlich wann komme ich Skyfire du warst schon dein Bruderherz es gibt noch einer so Hashtag Mod Leute wir werden jetzt zwei Mods verlosen jawohl jawohl alle Hashtag Mods Hashtag Mods Spam alle rein Leute alle mal rein Spam auf gehts Shisha Asthma hehehe Digga ich mach das überhaupt nicht so Asthma keine Ahnung Alter ich mach's wirklich gar nicht man alle mal Hashtag Mods Leute ich werd hier äh zwei Mods verlosen an der Stelle Spam alle schön rein der erste Magic Player der erste äh Mod hier ist Magic Player GG an dich Bruderherz warte ganz ganz kurz bitte ganz wichtig jetzt wird der nächste hier dann jetzt wird der nächste verlost Leute noch ein Mod wird verlost äh Hashtag Mod in den Chat falls ihr Mod werden wollt Leute gehe viel los noch ein Mod hier alle mal rein Spam an der Stelle Top Chatter ist Dinko Bro ja man ich bin der Top Chatter hier äh wo muss ich da hin Giveaways und jetzt auf Mods genau und Spam jetzt bitte alle rein komm Hashtag Mod Hashtag Mod genau auf geht's Leute auf geht's auf geht's auf geht's und der nächste Schuss ich werde jetzt auflosen Digga ich werde jetzt auflosen Saum Fiesti hat gewonnen Digga Saum Fiesti hat gewonnen meine Freunde wo ist sie denn hier der liebe Saum Fiesti Glückwunsch an die neuen zwei Mods hier alle GG in den Chat Alter jetzt kann's schon was machen Feuer gönn dir einfach Bruder gönn dir Guss geht raus Alter so Leute Abonniert mich alle auf Insta alle mal auf Insta abonniert dann ausrufezeichen Insta in den Chat ja genau alle GG rein spam genau so und dies anders verfolgt alle mein Insta Account der werdet ihr auch erfahren weil ich morgen wieder live bin das war's da mit dem Stream herzlichen Glückwunsch an die zwei Mods hier so Leute verfolgt alle mein Insta Account morgen bin ich auch noch mal live der Nightboard schreibt hier meinen Insta-Namen rein ich heiße auf Insta genauso wie auf YouTube also Dinko Bro alles klein und zusammengeschrieben ausrufezeichen Insta und dann werdet ihr auch erfahren weil ich morgen wieder live bin Leute deswegen mach's gut Digger ich hoffe es war ein geiler Stream hat mich ja gefällt lasst alle Lektor aktiviert die Glocke morgen wird auf jeden Fall noch mal Push-Leist Stream rauskommen und seid alle da am Start Leute heute war es echt wieder ein heftiger Stream wir haben die 6k geknackt meine Freunde wir haben einfach die 6k geknackt und ist natürlich auch nicht mal so wenig und deswegen werde ich mich ja auf jeden Fall hier noch mal bedanken Dankeschön an die Allzuschändler dabei waren viel lieben Dank vielen Dank der Peng King Cadet an das heftiger Stream Dankeschön King Padet ich küsse sein Auge ich küsse sein Herzbruder Herz äh ja Digger ausrufezeichen Insta checkt alle mein Insta aus das war's dann mit dem Stream Danke an Peng Cadet Danke an Trayplay Dankeschön an Sound Feast Dankeschön Divo alle am Start Luke Zocker ich grüße jeden der RealFox alle die wohl am Start waren so Marco Zima ich hab dich leider nicht gepusht aber du wirst morgen auf jeden Fall gepusht Digger auf jeden Fall werde ich dich dann morgen auch noch pushen Leute seit morgen alle am Start einfach die Glocke aktivieren da werdet ihr den Stream auch nicht verpassen und das war's dann auch Leute das war's dann auch für heute mit dem Stream checkt wie gesagt alle meinen Insta-Kanal aus und ich hoffe ihr habt noch einen schönen Tag ich wünsche euch eine gute Nacht passt auf euch auf Leute haut rein bis zum nächsten Stream war nicht nicht heftig heute mal wieder kein Ding Bruderherz danke Ehrenmann kein Ding Marco Zima du hast richtig aktiv hier am Start haut rein haut rein tschüss ciao Leute gute Nacht auf jeden Fall